was geht leute wir spielen uno mit der gang wir haben einmal this guy for you der nicht redet wir haben einmal yeetendo der auch nicht redet und wir haben den amongas charakter und wir haben den amongas charakter kobra warum hast du mich amongas charakter genannt guck dein profil du siehst aus wie ein amongas charakter das ist ja na sorry dass ich gerade meine mein video chat wieder ausgemacht habe muss ich aber auch kuss das game ich gefühlt drei stunden machen könnte danke weil dieser scheiß nicht funktionieren warum funktioniert der scheiß video chat reichigawa die doppel sauer in facebook ist dann noch eingekriegt ok ja ich hätte ich auch gleich kriegen ich bin aber in den gespäßes ach so lange ziehen bis es passt ne oh gott ja das hat jetzt heavy data mit allem zu tun versteht ich weiß es nicht nur chris nö ich hätte zu warten wenn du fechtest nicht an du musst vier karten ziehen oder du fechtest an und einer von uns beiden muss sechs karten ziehen das heißt wenn ich sage ein fechten könnte es sein dass du jetzt einfach so wie jetzt zum beispiel zwei karten ziehen muss aber ich ziehe nicht max muss ziehen ja leute max am start ok zweite runde ok nein nein warte chris wir können drüber reden dritte runde Das rausk rende si 7 hallo haben weden habenикс hier ja mein spiel hängen 19 nein 19 19 20 bitte nicht, bitte, Chris, bitte, bitte hab mal Farbe, was ist, wenn ich jetzt ablehne? dann bekommst du die 8 wow, ich dachte, wenn ich ablehne, kann ich mir 2 drauflegen, was ist das für ein Schmutz? hä? ich kann das Spiel noch nicht, danke, danke schön Chris hat in meinem ganzen Leben noch nie UNO gespielt, man kennt ihn aber nicht das, Hugo, weißt du, wie viel eine fucking Variation ist von dem Drecksgame oh, entspann dich ich entspann mich jetzt nicht oh, vielen Dank, du hast sogar noch einmal oh, das ist aber sehr nett, dann lass dich Chris noch mal ziehen äh, Eie, schwebottet scheiße nein 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 du Spaß ja, muss ziehen muss noch mal ziehen muss noch mal ziehen und noch mal ziehen und noch ein Like und noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal lol Chris im Bett ähhh hallo so hast du natürlich nicht auf YouTube danke ist doch offensichtlich ja stimmt, so ein geiler Ficker wie ich bin, dann denkt man sich das natürlich direkt Max ja nö, jetzt musst du warten fuck you Mike jetzt musst du warten ey, können wir bitte das ist einfach der Inbegriff das ist einfach der Inbegriff von der nödes bist du warten Karte ey, können wir bitte mal Tendo und Cobra sagen und nicht Max ich kann einfach Cobra 69 und die Tendo sagen oh mein Gott, warum klingt das eigentlich so decayhaft? wieso klingt die Musik gerade so extrem decayhaft? okay das ist, das klingt dann für mich nicht, not wieder decayrap hier 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 tut mir leid mann warum lässt du Max gewinnen ja tut mir leid warum lässt du ihn gewinnen was ist falsch mit dir ja was ist falsch mit dir krass ist der dritte Impostor ey das wollte ich gerade auch sagen das wollte ich gerade zu mir auch sagen krass ist das wollte ich gerade auch sagen vielen wieder Uno-Mündergang ja 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 boom alt my suffering oh mein god what what the fuck Junge ich hab so fein blau oder eine 1 zu fließen Mann ah 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 du sagst ja warum bist du die einzige Farbe die ich nicht hab das ist ja wohl die einzige Farbe die ich nicht hab das ist ja wohl die einzige Farbe die ich nicht habe tja jetzt weiß ich mich oh vielen Dank äh Max es war keine gute Idee welcher Max? ja weißt du jetzt nicht ja das weiß ich jetzt nicht äh aber ich lass ihn nochmal Chris ja das Ding ist äh das automatische Ziel äh drin ist ja aber ich will aber nicht ja man kann sich das nicht aussuchen here we go again und noch ein like und noch ein like und oh ok jetzt ist es vorbei zum zack chris komm chris komm chris komm chris komm chris nein Leute was geht wir kommen zu part 59 von UNO ich darf eigentlich auch mal wieder spielen oh cool hey hey martendo eins in den chat warum sieht dein Profil aus als würdest du gerade beten oh du weißt wie es aussieht wenn man betet ne man macht die man tut die flachen hände aneinander bei mir geht bei mir gehen die finger ineinander rein du keck mein spiel hängt mein spiel hängt ich kann nichts machen ich hätte mich auch gut in den pc gehackt damit du das ich machen kann jetzt reicht es mir so Problem du kannst die du kannst das von Account nicht aber mir gefällt es mir mal das wäre richtig geil wenn du mal wirklich in den A po Wir müssen jetzt mit dem Ziel welchen raussehen, das ist voll Eddy Ja ok Ah Ah Ist so geil Mann, warum ist die wieder rot? Warum? Ja ich bin rot Haare gefühlt Warte mal ein 1, warte mal ein scheiß, warte mal ein bisschen weiß 4 steht für Lifestyle Ok Chris, zeig mal deine weitere 4 Äh nö, ich zeig einfach die 8 Doppeltes Lifestyle Max, hast du grad nur plus 2? Ja Komm Digga, film mal hier für Arschen Aber hey, ich hab wenigstens eine rote Karte Was das rote Karte? Kenn ich nur vom Sport Oh Mike Chris? Oh nein Oh nein, oh nein, don't do it, I'm a virgin Chris? Tu's nicht Mike Yes Er hat grüne Karten, er hat grüne Karten Ich hab eine rote und ganz viele grünen Ich hab eine grüne und ganz viele rote, was lauert du für ein Scheiß? Anders von Mike ist der Imposta, Mike ist der Imposta verhochthet Mike Alter meine Karten glitschen rum, ich hab so viele Ja, guck mal Max hast du eine plus 2? Ja Ja Ach komm, Alter Ihr seid so scheiße Echt, ihr seid so scheiße, ne? Weil ihr denkt, ihr seid Teammates damit Aber leid seid ihr nicht, weil ihr kriegt damit nicht schaden, wenn ich keine hab Ne, ich kann nur Mike damit schaden MAAAN JETZT REICHTS Mein Gott, Alter Ja Ihr seid so hirnlose Stück Scheiße Max, hast du gerade eine plus 2? Nein, diesmal nicht Pech Wie er sogar noch so flieb gefragt hat, Alter Plus 2 mit plus 2 Oh Max, du bist so ein Ehrenmann, Alter Leute, hört auf zu Team hören, das darf man nicht Echt Arno Komm Chris, gewinn Oh Schade, ich dachte jetzt Nein! Ich will nicht warten Wollt ihr mich verarschen? Er muss sich ziehen Wollt ihr mich zufällig Rein zufällig Rein zufällig Verarschen Was ist das denn? Äh Fuck you Sechs Karten Hey Max, wie ist das, so viele Karten zu haben? Äh, Chris? Ja? Nö, jetzt musst du warten Oh Ich muss da warten Nein, warum? Nö, jetzt musst du warten No you, no you, no you Oh, schade Nö, jetzt musst du warten Nö, jetzt musst du warten Nö, jetzt musst du warten Ja, find ich's super Find ich's super Super, wie beim Super RTL Nö, Chris, jetzt musst du noch mal warten Okay Alles cool, alles cool Ich bin da mega tiefenentspannt Nö, Chris, jetzt musst du warten Hahahaha Gut, ich bin da tiefenentspannt gefangen Das wisst ihr gar nicht Du wißt, wie tiefenentspannt ich gerade bin Puh, 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 Puh Okay, Chris, tut mir leid Ich hab leider keine Keine Warten mehr Aber ich hab, äh, ziehen Welche Farbe wünscht ihr euch? Äh, gib mir mal bitte Ja, Rot geht fit Okay, kein Rot Oh, danke, Max, ich hatte nämlich kein Rot gehabt Das war ein richtiger 500 IQ-Move Will ich's versuchen? Ja Ja, 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 wir willst du's Versuch's, dann sehe ich deine Karten Yes O-O-O-O-O-O Nein! Was? Was? Neiiiiin! Und ich sag vorher noch, warum fuchsiert das die ganze Zeit nicht Oh, yes Die fuchsiert die das scheiße überhaupt Schön entspannt Velkommen in den Flugnuk Ich hoffe, sie haben eine entspannte Reise Chris hat sie raus Wo in den Nits Walltrade Center? Jetzt musst du warten Hat jemand einen Arzt gestellt? Ja für dich Äh Martin du hast da zufällig eine plus 2 Zielkarte Nein Ah dann warte So bekomm ich aber auch keine wenn ich hier rumgabbel Ey Chris, es ist ne wunderschöne Aktion für dir, dass du Karten ziehst Freut mich, macht mich sehr glücklich Ja ich bin halt mega totaler Mensch Ja ja außer wenn du es nicht bist Ach komm Dann bin ich halt nicht der Impostor Dritter Impostor du Matendo Hallo Hast du zufällig eine plus 2 Zielkarte Nein Dann musst du warten Ja ok Max hast du zufällig eine plus 2 Zielkarte Nein Gut dann musst du warten Ja ok Ich bin sehr angemessen Ich bin sehr angemessen Matendo Matan Ja Hast du zufällig eine plus 2 Zielkarte Ach Junge Dann musst du warten Come on alter Ich glaub Max hat was gegen Max Ich glaub auch Ja 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 Jetzt musst du warten Alter wie da geht diese Runde Ja Ja Achso Ja ok gut Also Max Ne Nö Jetzt musst du warten Ja ähm Mike Ja Tut mir leid Leck mich Ähm Max Ja Tut mir leid Ja 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 Ist doch ne Musst du dich immer angesprochen fühlen Wenn man Max sagt Max Ja hör mal Echt so es geht gar nicht Du hast sowas gelernt Ekelhaft Wait Mir fällt grad mal auf dass du gar kein Das dein Profilbild gar kein Among Us Character ist Sondern einfach ein fucking Pokemon Was ist die Entwicklung von Mord Genau Mord Mer Der ist Mord Der ist Mord Ja Ich hab dich auch lieb Max Süß Max Jetzt musst du warten Nice Mike Das ist eigentlich ziemlich gut Ja find ich auch Bei Matendo Jetzt musst du ziehen Ach fuck you Matendo Du lau Ich schläf dich in den Bau Ja Hm 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 Wie eine Stunde Mike Matendo Du lau Ach komm Fuck you Ähm Darf Max zufällig mitspielen Welcher Max Ja Nein Max darf nicht spielen Komm Can Max come out to play No Fuck off Wir müssen das gleich umstellen Dass wir nicht die ganze Zeit immer nur ziehen Das zieht diese enge Runden so hart die Länge Ja ich hab eine weniger Hey Chris Hey Chris wir haben gleich Oh Nevermind Jetzt hab ich eine weniger Nö jetzt hab ich eine weniger Ich wechs dir die ganze Zeit die Farbe merkt ihr das? Ja es ist mir relativ egal Na dann Jetzt hast du aber nicht die Farbe gewechselt Schäm dich Mike Sorry Jungs Ich spring mich da schon um Hey Oh mein Gott Hey Hey Und noch ein Like Und noch ein Like Und noch ein Like Und noch ein Like Oh nein Ey warum ist das denn noch? Oh schade Weil es so lustig war Junge Nein 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 Doch Jungs Ey Boah Ich bin Bully Oh mein Gott Nein Du Ich mach grad den Schaufein von dem Ja das mach ich auch Vor allem du magst Das ist jetzt deine Demise aussuche Welche Farbe? Gelb Nicht grün und nicht gelb Gelb Fuck er fickt euch Ich hab nur noch aufgehört was er gesagt hat Pick your poison Ja scheiße Ich lass ihn sowieso nicht dran Oh fuck you Aber ich habe das was ich wollte Achso Oh oh Leute Chris gewinnt gerade Er ist ziemlich sass Tut mir leid Come on Alter Mir tut's leid Mach's doch besser Scheiße Leute Ey 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 Du hast nichts gesagt Du hast nichts gesagt Halt's Maul ich wusste nicht wer das machen muss Alter ihr seid so scheiße Du musst UNO sagen Du musst UNO sagen Spielst du zum ersten mal UNO Spielst du zum ersten mal allgemein UNO Deine Mann Nö jetzt muss ich warten Alter Ach komm ich hätte Ich hätte ne plus zwei gehabt Oh Mike Ein anderes Mal Mike Mike was du hast gerade der mich so angemacht hat deswegen Was Du hattest mich gerade deswegen so angemacht Nö richtig Nein das war Nein das war Mike Oh no Oh no Oh no Oh no Okay wahrscheinlich hat der grün Nein Denke ich ja nicht Ich denke schon Ich würde die fahr Ich würde irgendeine karte Ja perfekt Lass uns bei blau bleiben Ne Chris Ja find ja Yes Basabi nüsse Fick man denn Ooooo Musste mehr als zwei Karten ziehen Chris Nö aber Max muss jetzt viel ziehen Alter wird hier voll gemobb von uns So ne arme Jaa Schön Max 17 Karten Richtig geil na Wenn ich mal schuldig dachte ich nix warte mal warte mal wer hat 1380 und nur 95 dann kennt sie die filmkarte max hat nur noch eine karte vorwischt nein oh mein gott du schreckst dich oh no oh no oh no oh no oh no max jetzt musst du carry'n ja sauber na warum grün alles zurücknehmen natürlich wenn er jetzt durchkommt na pin na pin maik kannst du zufällig richtig sexen machen ja kann ich nächste runde gut ey warum oh oh leute christus gefällig sass äh mach deine also deine plus 2 ziehkarte bitte 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 äh fick dich nö grüß jetzt wirst du warten okay ach schätze ich hab keine blau ich hab keine max gemobbt hast ja wir haben wir auf dir wählen jungs jungs alles cool alles cool ja wahrscheinlich hab ich nicht plus 4 ja natürlich hab ich nicht plus 4 apopo plus 4 oh nein ach komm back du aber matendo komm fecht an oh gott schade mack schokolade du matendo ichattutto wieder Und noch ein like Oh meinточ citing muss holy shit matendo zufällig ned plus 2 ziehkarte ah fuck hmm damit chris erstmal nicht machen kann Okay. Äh, könnt ihr die Farben wechseln? Ich mag Grün nicht mehr so sehr. Oh, das trifft sich sehr gut. Danke. Nice. Apropos. Tja, Chris hat doch gesagt, das hat ein Nachspiel. Sorry, Max. Ach, Baby. Blocksberg, die kleine Hexe. Blocksberg. Komm, Max, nochmal. Ah, ah, ah. Okay. Max, hast du gerade gelacht? Martendo. Ja, er hat gelacht. Okay. Ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Ich fechte einfach an. Er würde wahrscheinlich immer so gelaufen. Irgendwann hat 21 Karten. Ey, ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Aber Martendo, du tust mir so leid, ne. Behände, das ist eine ziemlich lange Runde. Du, du hast mir mal gespeichert. Also, ich bin eher gespannt auf das. Oh mein Gott, ich hab gerade noch so schnell in der Urnuss drücken können, Alter. Ich wollte grad Spam. Tut mir leid, Chris. Komm schon, komm schon, komm schon, yes. Ist das scheiße? Mike, ist nicht mein Problem mit deinem Scheißspeicher gleich voll geht. ich hab noch mal einen PC-Schlitzern. Ja, Chris. Du darfst jetzt. Ja, aber Mike nicht. Dann darf Mike halt nicht. Okay, wecken wir mal ne Farbe. Okay. Mach das. Ich bin für die Ausführung. Du! Leck mich. Okay. Im Arsch! Was ist los? Alter, wenn neue Zuschauer reinkommen, Alter. Ja, dann hören sie ganz leckeren Content. Oh no! Oh ja, schön! Noch mehr, noch mehr bitte! Gerne! Machen wir das gleich nochmal. Ist eh voll frech, dass wenn man zwei Karten ziehen muss, dass man selber nicht mehr was setzen darf. Nö, das musst du warten! Max, ihr müsst zwei mal zwei Karten ziehen bekommen, bitte. Äh... 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 Oh, 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 oh! Oh! Oh, shit! Welche Karte? Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, scheiße. Yes! Ich dachte gerade, jetzt war es jetzt, jetzt fechtet der an. Oh! It's time to kick ass! And to chew bubble gum! And I'm all out again! Oh! Tja! Einfach die Queen! Du bist einfach scheiße! Ich war gerade, du Spass! Oh, die! Nehmen! Wollen wir einen Rabbit-Karten? Nein! Ja! Nein! Komm schon! Nein! 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 Four! Three! Two! Uno! No you! Da, ich ja zum Beispiel! Fuck! Komm! 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 Nö! Doch! Nein! Kloff! 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 Äh... Deine Mum! Im Bett! Mein Victory! Die dich wieder... Die dich wieder mehr erschreckt, als irgendein Jumpscare im Horrorfil! Ich wüsste, meine Mum ist so eine Jumpscare-Maschine, ne? Aaaah! Neues Fluff-End-Gegner, deine Mutter! Kobraaa! Your Mum's so ugly! She could be the character in Five Nights at Freddy's! Eeeeee! Hey, Leute! Riecht ihr das auch? Es riecht danach, als müsste Kobra warten! Nein, muss ich nicht! Oh oh! So, jetzt drück ich da... 5 oder mal drauf! Hey, Leute! Riecht ihr das? Matendo! Mach das Richtige! Leute, riecht ihr das? Es riecht nach VICTORY! Royal in Fortnite! Was? Kobra? Das war schon ziemlich gemein gegenüber Chris! Das musst du mal warten! Mike, das war ziemlich assozial, dass ich warten musste! Fight me, bitch! Ja! Du dumme R***! Mike, bitte... Wie? Ja, bitte! Wie viel fucking Luck kann man denn haben? Leute! Ich würd' mal sagen... Oh mein Gott! 69 ist ne gute Fall! Wenn der das jetzt nochmal hinbekommt, dann lieb' ich! Was?! Er hatte ne gelbe 8! Er hatte ne gelbe 8! Er hatte ne scheiß gelbe 8! Er hatte ne rote 3! Ich weiß nicht, was du gelabert hast, Max! Ich hab grad nicht gesehen, dass ich dran bin! Oh no! Oh yes! Oh no! Max, kannst du kurz auf Ehre auf Grün ändern? Null! Oh, das geht auch wild! Das geht auch klar! Nice one! Nice one, alter! Danke, Mike! Danke, Mike! Danke, Mike! Nice one, alter! Ich liebe dich! Wenigstens wurden mir nur 2 gegeben! Wenigstens! Stell dir vor, ob ich jetzt sechste bekomme! Dann wär ich gelieft! Oh! Nein! Noch ne Runde! War zu kurz! Noch ne Runde! Das war Lack! Max, leck meine Nippe! Das war schnell! Yo, äh... Chris, ich leck sie dir später, ja! Okay! Geil! Martenne, sind wir jetzt Feinde? Martenne, nein! Okay, gut! Perfekt! Ich bin mitliebbarer Feinde! Fuck you! Jetzt musst du warten! Ja, und du auch! Schön, Mike! Schön! Oh, no! No, oh! Bitte, Mike, bitte! Welche Farbe soll ich nehmen? Dann fühlst du dich immer nicht entscheiden! Gap! Martenne oder Chris, sagt schnell! Blau! Yes! Fuck! Warte mal, warum? Fuck! Oh mein Gott! Ja, Mann! Noch ne Runde! Noch ne Runde! Noch ne Runde! Noch ne Runde! Noch ne Kiste! Ich hab auch immer noch mein Messer nicht! Noch ne Kiste! Noch ne Kiste, Jungs! Noch ne Kiste! Chris ist süchtig! Krass! Ich wünsche euch allen sehr viel Glück und sehr viel Spaß und sehr viel Salz! Ja, du bist auch ein Hurensohn! Fick dich jetzt! Los geht's! Oha! Danke, Chris! Game! Ich hab doch Geld gehabt! Achso! 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 Why? Ach los! Ach Jungs! Da! Ach so! Ach so! Keine Krass! Rahieeeeh! Rahieeeeh! Rahieee! So, es bleibt jetzt rot! Mhm! Das ging ja schnell! Okay, du willst rot? Danke. Gerne. Ich bin nett von dir. Könnt ihr mir nochmal eine feine Runde rot? Ja. Nee, du, ich da zieh lieber. Max? Ja? Nein. Wait. Hä? Tja, ich muss wohl warten. Hä? Ich weiß nicht mehr, was ihr meintet. Tja, Max, komm. Ich suche deine Karte. Komm, gewinn. Gewinn, Max, gewinn. Ja, dachte ich mir. Oh, wow. Wenn ein Boss ist das. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Oh, nee, warte mal. Andersrum. Scheiße. Ach, Max, was versuchst du denn da schon wieder? Mann. Du weißt, dass mein Genie den Boss nicht angehen sollte. Boah, Alphamännchen. Geht zur Seite. Der Boss kommt. Ähm, der ja. War das Ansager? Nee, das war ein Anständnis. Nichts Persönliches gegen dich, Martendo. Ich muss nur Karten legen. Ich möchte nicht ziehen. Martendo. Nichts Persönliches gegen dich, Chris, aber... Ich hatte auch eine geile Eins, aber... Nichts Persönliches. Okay. Max, ich werde dich füllen und ich werde dich töten, du kleiner Wreckiger Bastard. Ey, hallo. Das stehe ich alles raus. Chris, nichts Persönliches. Ich habe das nur gerade gezogen. Ich ziehe gleich auch was, und war dein scheiß Kopf. Vielleicht um meinen Kopf, du süßes Ding. Was? 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 Sehr? Sass? Wer ist Sass? Der Imposter ist Sass. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh yes. No, ne Runde. Eine Runde noch. Von mir aus. Ich lege eine Null, denn du bist eine Null. Null. Äh, Max, das geht aber so nicht. Ich wollte drücken. Ich wollte drücken. Ja, ja, du mich auch. Deswegen drücke ich immer erst Uno und dann... Das konnte ich eben nicht. Ich drücke ich immer erst auf die Toilette. Das konnte ich eben nicht. Ich war zu lange dafür. Ach so, Pech. Jetzt hast du Pech. Alles gut. Nein! Nein! Warum muss ich immer erst ausbaden? Weil du gerne baden gehst? Chris? Bitte schalte sie aus. Ich schalte mit aus. Hab mir ein Plus 2, Plus 2. Bitte nicht Plus 2. Nein. Nein. Mantendo. Okay. Puh. Nein! 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 Jetzt wird ein anderer Max gewinnen. Oh, boah. Wusstest du das? Ich wusste das nicht. Ah, Mann! Ich hatte noch eine Runde. War eine Runde. Ja, klar. Okay, kann ich machen. Ich bin halt schon im Ernst. Die Runde war sogar ein Laby. Aber nicht so lang wie beim Schlingschlagen. Ding Dong. Wow, war das aber Ding Dong. Ding Dong. Ja. Ding Dong. Ding Dong. Na ja. Dann wäre das Video dann halt nur 5 Sekunden lang. Das ist halt schwierig. YouTube übernimmt nicht so kurze Videos. Hä? Seit wann können Videos dann halt 5 cm lang sein? Keine Ahnung. Schneide sie doch raus. Mike. Mike, seit wann... Mike, seit wann können Videos 1 mm lang sein? Okay, Markus, es geht zu weit. Das stimmt. Oh ja, und wie das stimmt. Chris, wir spielen alleine. Dürfen wir Max zufällig auch mitspielen? Danke. Darf er. Fick dich, Mike. Nein! Schön, Max. Ein bisschen. Das geht mir zu weit, Max. Let's fight! Ja! Fuck, warum? Ich verstehe dir wie das anfangs nicht funktioniert. Scheiße. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Nee. Was willst du, du Lappen? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Guck dich an. Aber Max! Egal was für einen Lappen du bist. So wie Domi einmal sagte, kann sich immer noch zu einem Wischmopp weiterentwickeln. Ich werde hier gewischmoppt. Ich lege eine Null, denn du bist eine Null. Und ihr seid doch jetzt Christin. Also wenn er jetzt... Okay, ich muss grad sagen. Gut. Fick dich. Ich hab nichts gesagt. Oh oh, jetzt kommt Uno. Welche Karte kommt? Welche Karte kommt? Ich lege eine Null, denn ihr seid alle Null. Ja, Alter. Mach mal Karten mehr. Was bist du für ein Vollidiot, Mike? Ein riesig großer. Ich will vielleicht auch noch eine Karte haben. Nein. Tja, Mike. Komm, Max, bitte gönn. Nein! Wir fechten. Wir fechten, Max. Ja! Ja! Oh mein Gott, was? Holy shit, wie hat der das gerissen? Lol, Wasser. Lol, Wasser. Ja! Yes! Big brain, five head. Nein. Nein. Chris, gewinn bitte. Nein. Gewinn bitte, Chris. Gewinn bitte. Skrrt, Skrrt, Skrrt! Danke! Machen Audi-Bahn, die kurze krass. Digga, wenn ich um den Mikkel kommt, krach, weil ich fett bin und einfach jede fucking Lightpunk dagegen bretter mit einem scheiß Auto, weil ich 500 Kilo wiege... Ja, Max, ich helf dir. Ups, falsche Karte. Tja, dann musst du wohl ziehen. Ah, ihr schirm macht halt. Komm, gönn, Max. Komm, bitte. Tja, Chris. Chris, hast du bitte Richtungswechsel? Ich hab leider gar nichts. Richtungswechsel möchtest du haben, Max? Ach, das können wir einrichten. Warte mal, warte mal. Warte mal, Chris, du hast gar nichts? Ja. Auch nicht deinen Schlungididong-Dong? Nee, den hab ich nicht. Hat die Freundin geklaut? Nee, gerade noch nicht, jetzt gerade ist der nicht da. Was? Noch ist der da. Warte, die Freundin ist dann der? Ja, okay. Tja, Mike, für diesen Diss musst du warten. Für diesen Diss musst du warten. Oha. Oha. Ich wollte nur mal ein iFunny machen. Bist ja nicht iFunny. No you. Komm, fechte mich da ran. Oh, geht ja gar nicht. Tja, musst du wohl ziehen. Oh. Tja, kann wohl Chris... Ja. Ja. Weißt du was ich in diesem Spiel nicht mag? Was denn? Ziehen. Ach, echt? Ja, echt jetzt. Tja, Mike. Tut mir leid. Wieso tut's... Mir tut's leid für Martenno. Die Stille. Danke Chris. Ich glaube nicht. Du bist so dumm. Das ist... Du bist dumm. Nein, jetzt bin ich eine Karte. Weniger. Wenn dir das so wichtiger ist... Ja, jetzt musst du ziehen. Tja. Jetzt hättest du die gebrochen können. Warte, komm. Jetzt... Jetzt hast du die zwei wieder bekommen. Für diesen Diss musst du warten. Ich hab doch gesagt, das war dumm. Alter, halt mal auf doppelt zu legen. Hört mal auf, hab ich gesagt. Hört mal auf, hab ich gesagt. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Was denn? Leider nicht. Was geht da nicht, Max? Ich komm zu dir raus und fick deinen scheiß Arschloch. Ey. Was denn du? Was denn du? Max, Max. Das tut mir jetzt aber, haltest du leider nicht. Auf nur dritten Komisja. Ist halt schon ziemlich scheiße, ne? Oh, oh. Uno. Jetzt hat er Uno gesagt, Leute. Oh mein Gott, Leute. Chris hat Uno gesagt. Aber ne. Macht's auch nicht. Ja, du mich auch, Max. Das war übrigens sehr sozial von dir, Max. Danke. Hat gewonnen. Er hat sowas von gewonnen. Na ey. Ich fach mit Spaß haben. Hallo. Ey, jetzt gewinnt ja. No fun at house. Okay. Ich würd sagen, das war's dann hier an der Stelle. Abonniert alle Matendo. Link in der Beschreibung. Abonniert alle Chrisco. Link in der Beschreibung. Abonniert alle Cobra. Link in der Beschreibung. Abonniert alle mich. Ich bin nicht in der Beschreibung. Noch bin ich auch. Ich bin auch in der Beschreibung, glaub ich. Ichzehle минут às Angst. Ah ich bin auch. Aber es war fuhr und erlebt. Ja? Wir fahren jetzt. Und da alles Enteirte? Bei mir, denn die erste sind. Masion, meine Kerlinchen. Ein Büchner, birthdановt oder eineπatremade. Echne 1991, Linke. Aber es ist gut. Echne zu isfern,ем 그래서 es ist alles klar.